Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 5. November Unser Wandel aber ist im Himmel. Philippa 3, Vers 20 Unzählige Male ist der Satz gesagt worden. Christen sind Bürger zweier Welten. Sie gehören der irdischen und der himmlischen Welt an. Nun, dieser Satz ist durch seine häufige Wiederholung nicht richtiger geworden. Der Mann, der ihm widerspricht, ist der Apostel Paulus. Nein, sagt er, wir sind Bürger nur in einer, der himmlischen Welt. Dort haben wir unser Bürgerrecht. Zur Erklärung sei eben angemerkt, dass das Wort, das Luther mit Wandel übersetzt, Bürgerrecht heißt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt der Apostel. Man möchte ihm am liebsten ins Wort fallen. Paulus, zu deiner Zeit galt das römische Bürgerrecht als der allerhöchste Vorzug. Erinnerst du dich, wie einst ein römischer Offizier dir sagte, er habe für dies Bürgerrecht eine große Summe ausgeben müssen? Apostelgeschichte 22, Vers 28 Du aber hattest es von Geburt. Und nun tust du, als sei das nichts, und erklärst, dein Bürgerrecht sei im Himmel. Aber schon springt ihm der Apostel Petrus bei und erklärt. In dieser irdischen Welt sind wir Jesus jünger Fremdlinge. Lest nur den ersten Satz meines ersten Briefs, wo ich das offen bekenne, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Dort sind wir zu Hause. Hier sind wir Fremdlinge. Nun, solches hört unsere Zeit nicht gern. Sie nennt diese Haltung Weltfremdheit. Petrus würde lächeln. Richtig, wir sind fremd geworden in dieser Welt, seitdem wir von Jesus für Gott erkauft wurden. Was sollen wir dazu noch sagen? Gilt uns die Bibel als Autorität? Dann ist jetzt bei uns vielleicht eine große Umstellung unseres Lebens fällig. Herr, lass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sein. Amen. Jesus Christus segne dich. Determinier mich, das ist aus der Landet. Du will vor 다음ениש bist du Website. Amen.